Hallo, der nächste Tag ist angebrochen. Es ist schon nachmittags und wir gehen jetzt auf Wanderung. Es geht irgendwo hin. Wir sind jetzt angekommen am Ziel unserer Wanderung. Ein bisschen sind wir weit gelaufen, ungefähr nur 5 Minuten. Und hier sind viele Bäume gefällt worden und dann werden wir jetzt die Äste zusammensammeln und dann wird daraus ein Feuer gemacht. Es wird jetzt Holz gesammelt fleißig. Die ganzen Äste, die hier auf dem Boden sind, die sollen ein paar große Lagerfeuer gemacht werden, damit die dann dort verbrannt werden. Und vorerst muss so dünnes Holz gesammelt werden, also was die da gerade macht, zum Beispiel, das Mädchen. Ja, die werden jetzt nehmen. Und da wird zum Beispiel, da ist der Beginn eines Feuers. Und hier geht es weiter. Ich glaube, irgendwo, ja hier sind verschiedene Feuerstellen. Da sitzt Marsha und beginnt da sogar schon Feuer zu machen. Ich habe da gerade eine Flamme gesehen, da raucht es jetzt auch schon. Und so geht es hier so weiter. Und jetzt geht es los. Jetzt werde ich auch beginnen, Holz zu sammeln. Es sind hier schon zwei Feuer hier am Gange. Einmal das hier. Es raucht sehr, sehr schön. Und einmal das hier. Sehr gut. So, es wurde jetzt aufgeräumt. Der Wald ist etwas sauberer hier geworden, wo die Bäume gefällt worden. Es brennen jetzt drei schöne Feuer. Hier. Und Vieles ist hier sauber. Alles klar. Ich würde sagen, wenn noch irgendwas passiert, dann melde ich mich morgen. Bis dahin. Und schon. Hier ist noch etwas passiert. Die Sonne scheint hier gerade wunderbar durch ein Wolkenloch, das sich am Horizont entgegen... Äh, äh. Das sich am Horizont gebildet hat. Während über mir Wolken sind, ist dahinten ein bisschen frei. Und die Sonne leuchtet dadurch. Sehr gut. Dann werde ich mich jetzt... Ich wollte es wahrscheinlich verabschieden. Man sieht, wie die Sonne in meinem Gesicht scheint. Freue ich mich sehr drüber.